Hallo Sportfreunde, heute geht es beim Faszien Training um die Plantarfaszien. Das bedeutet, der Bereich hier in meinem Fußgewölbe, den wir hier bearbeiten. Und zwar hauptsächlich der Bereich hier. Wir wollen nicht über den Bein, nicht direkt über die Ferse, sondern wirklich über den Gewölbe treiben. Der wird gerade bei den Läufungen sehr, sehr stark beansprucht, weil, das sieht man ja, wenn man wirklich mit dem Vorderfuß auftritt, dementsprechend die Muskulatur und die Bindegewebstrukturen hier mitarbeiten müssen und die Impactbelastungen abfallen müssen. Das Entscheidende ist, wenn ihr diese Bereiche hier lockert, nehmt ihr auch den Zug und Druck hinten vom Fersenbereich und verhindert den sogenannten Fersensprung und entlastet gleichzeitig den Zug aus der anderen Richtung über die Achillessehne. Das machen wir entweder, wenn man eine Bildertkugel hat, oder wie bei unserem Besserball. Hier aus Holz. Es muss halt was Hartes sein, was Rundes. Also ein Tennisball geht nicht, der ist zu weich. Generell funktioniert es ganz einfach. Ihr stellt euch mit einem Fuß quasi auf diese Holzkugel oder die Bildertkugel und fahrt mit ordentlich Druck längs und auch gerne quer zum Gewölbe. Ihr könnt in die Innenseite rein, ihr könnt quer hier hinten vor der Perse oder direkt vor dem Ball und auch die Außenseite abrollen. Ihr müsst halt wie immer spüren, wo ist der Bereich, der am meisten Bedarf erfordert und den auch einarbeiten. Kurz vor dem Fersenbereich sind meistens, gerade bei den Rundern, immer noch so ziemlich prägnante Triggerpunkte, die man gleichzeitig auch direkt mitverarbeiten kann. Halt nur mit anständig Druck, damit es nicht einfach nur ein Lockes abrollen wird. Und denkt an wie immer zwei Minuten, um Kollagen und Höreronsäureproduktion in dem Gewebe, in der Fastenstruktur anzureden. Wie gesagt, ihr beugt damit den Fersenstrom vor, entlastet gleichzeitig den Achillessehnenbereich und lockert das Fußgehöne so weit auf, dass es wohl für den nächsten Laufeinsatz auch ordentlich wieder beansprucht werden kann. Sportfrei, viel Spaß!